Zinsen. Zinsen ist das Geld, das man bezahlt, wenn man Geld entliehen bekommt, oder das, was man bekommt, wenn man das Geld an jemand anders verleiht. Zinsen sind aber auch die Bezeichnung für regelmäßige Zahlungen. Zins war ursprünglich Abgabe und Steuer, deshalb in Schweiz, Österreich und Süddeutschland ist Zinsweise auch die Bezeichnung für Mieter und Pacht. Zinsen kann man auch zahlen müssen im übertragenen Sinne. Wenn du karmische Schulden anhäufst, musst du sie oft mit Zinsen zurückzahlen. Es rentiert sich also freundlich und mitfühlend zu reagieren und nicht anderen zu schaden.